Herzlich willkommen beim Ingwerer. Wir sind eine fruchtig scharfe Spirituosenmanufaktur aus der Schweiz. Und wir haben dieses Jahr zwei Produkte mitgebracht. Zum einen den Klassiker, den Ingwerer. Das ist ein fruchtig scharfer Likör, den wir von Hand herstellen aus den frischen Ingwerwurzeln und Apfel. Und das gibt dann diese fruchtig scharfe Geschmacksexplosion 24% und ist sehr beliebt als Schott im Club. Man kann es aber auch wunderbar zum Beispiel mit einem Tonic mischen, im Sommer erfrischend. Oder dann auch, unser Tipp für die kalte Saison, mit heissem Apfelsaft und ein Schott Ingwerer. Das ist eine fruchtig scharfe Alternative zum Glühwein. Und jetzt dieses Jahr ganz neu an der Pro-Wein, das ist der Ingwerer Gin. Das ist ein klassischer Gin, zweifache Destillation, Ingwer und Apfel natürlich schon in den Botanicals mit drin. Aber wir geben nach der zweiten Destillation nochmal einen speziellen Ingwer-Kick, indem wir den Ingwerer Gin zusätzlich veredeln mit einer Mazeration mit frischer Ingwerwurzel und Apfel. Das gibt dann auch diese ganz schöne goldene Farbe und auch am Boden der wertvolle Rest der Ingwerwurzel, der bis zum Schluss enthalten bleibt. Also dann auch vor dem Genuss beim Ingwerer Gin gilt, vor dem Gebrauch kurz schütteln. Glas, Eis, Gin und wer möchte, schlug Tonic dazu und dann sagen wir zum Wohl. Und liebe Grüße aus der Schweiz.